Hallo ihr Lieben, kleiner Quick-Tipp aus dem Gartengemüsekiosk zum Thema Schlangengurke anbauen. Die ist gedacht für den Anbau im Gewächshaus. Wenn ihr ein Gewächshaus habt, was beheizbar ist, wo also die Temperatur nicht unter 12 bis 15 Grad sinkt, dann könnt ihr schon im März aussehen. Wenn ihr ein normales Gewächshaus habt, dann ist das auch ziemlich cool. Dann ist es ratsam, die Aussaat der Schlangengurke hier im April vorzunehmen. Dann können sich die Pflanzen gut entwickeln, die wachsen schön und ihr habt hinterher eine richtig schöne Ernte. Also dran denken, bald ist es Zeit die Schlangengurken und auch die Gurken auszusehen und wenn ihr noch gutes Saatgut braucht, schaut mal bei uns im Kiosk vorbei. Good Grow!